so guten morgen erst mal also wenn ihr das video seht ist es vielleicht auch schon eine andere tageszeit wir haben gerade 7 uhr morgens und wir fahren jetzt gleich zum flughafen ich stehe gerade in unserem garten übrigens weil ich heute noch mal reingehen jetzt gleich zwei freunde noch bei mir ab die heute noch mit kommen zum flug haben und das freut mich voll und gerne kann ich mich von denen auch noch mal verabschieden meiner schwester muss ich mich jetzt gleich schon verabschieden und dann fahren wir halten so zehn minuten zirka jetzt los meine koffer sind doch alle gepackt aber die sind wirklich so voll also die sind viel zu voll darum ich mache kein kofferpack video weil das war so ein aktives koffer zu packen wir haben glaube ich bis gestern nacht elf uhr oder zwölf uhr und diese koffer gepackt darum ja aber ich freue mich jetzt auf jeden fall und ich bin doch eigentlich ganz ausgeschlafen ich konnte eigentlich voll gut schlafen darum hoffen wir mal das ganze läuft jetzt einigermaßen und ich versuche einfach so ein bisschen mitzunehmen und ich bin doch nicht so ein bisschen mitzunehmen ich bin doch nicht so ein bisschen mitzunehmen ich bin doch mal ich bin doch mal Ich bin jetzt gerade am Flughafen in Hannover angekommen und ich wundere, dass ich meine Metalljacke anhabe. Ich musste die anziehen, weil die einfach so schwer ist. Genau, aber ich habe jetzt noch zwei Stunden bis zu meinem ersten Flug nach Frankfurt. Ich bin jetzt direkt am Flughafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.